So, jetzt wird er wahrscheinlich hier gleich irgendwo sterben, Mr. Phanatics. Ach Mist, das geht ja noch gar nicht. Darf ich dann jubeln und schreien? Nein, bitte nicht. Nicht jubeln und schreien. Weitere Spiel. Total unfair, ja. So, das Internet sollte wieder stabil sein. Ja, super. Ich lock mich ein und ich bin im Wasser. Das zu dem Thema Internet. Ja, genau. Dein stabiles Internet ist nicht so stabil. Okay. Longcat is long. Aber stabiles Internet ist nicht stabil. Ich versuche gerade mal den Weg zurück zu suchen zu unserem... Hier ist der Abbaupunkt für das... Sieht ihr hier an? Äh, Sebi, ich müsste mich mal zu dir teleportieren, weil es hat mich hier rausgecheatet. Ja, ja. Ich stehe an der Oberfläche. Ist okay, teleportier dich. So. Wir wollen es, ja. Ja, ich bräuchte zwei Stack Copper. Ne, das ist im Moment noch zu teuer. Weißt du, wie teuer es ist, jetzt anderthalb Stacks Schienen herzustellen? Willst du nicht wissen, bitte. Ähm. Sonst muss ich schreien wegrennen. Hat mal jemand, äh, nichts zu tun? Was hast du für einen Anschlag vor? Ähm, ich bräuchte Leben oder Ton oder wie man auch dazu sagt. So, und jetzt sagst du in dem Moment, wenn ich liebe dich, mit 32 lebe dabei. Was will ich mit 32 lebe? Gut, dann kriegst du halt, ne? Such dir selber. Ähm, ich bräuchte ungefähr so zwei Stack. Viel Spaß, such sie. Ja, die sind doch unten im Wasser. Ja, da sind doch raus. Was? So, also hier, nochmal so weich, waren wir gerade von oben schon. Das ist ganz nah von dem Punkt, wo wir gerade eben waren. Also wir sind hier so ein bisschen im Kreis gelaufen. Ah, okay. Haben wir schon eine Outcrafting Table? Nein. Gut, dann mach ich mal schnell ein. So ein paar Zahnrädchen herstellen. Kannst du gleich mal ein Stack Zahnräder herstellen, wäre vielleicht gar keine so schlechte Idee. Geh hier nicht einmal Leben. Ja, dann schauen wir mal, wo wir kommen. Ach ja. Ja, die Frage ist halt, ob wir überhaupt noch weiterkommen wollen erstmal, oder? Oh, das ist schon wieder ein Zombie. Also hier oben sieht es doch ganz hinten aus. Ja, ich folge dir, sobald der Zombie tot ist. Ja, ich hab einen. Aber internetstabil ist nicht. Ich glaube, er hat wieder angefangen zu laden. Nee, also ich hab den Ping von 10 im TS. Ja, also ich verstehe es selber nicht. Ja, das liegt aber nicht alle hin. Nicht, nur ich. Oh ja, ich seh das schon, wie toll der Licht-Bug behoben ist. Sehst du gerade interessante Filme runter? Für Erwachsene? Nein. Oh, Kiste. Schnell ablenken hier, mit Oh, Kiste. Und? Ich glaube, er hat uns gerade gesagt, was da drin ist. Nix. Ja, das glaube ich. Oder 12 Diamanten. Wie, du hast 12 Diamanten in der Geste gefunden. Cool. Peter. Mach das. Tu das. Bis gleich. Bis gleich. Ich hoffe, mir sagt jemand, wenn auch immer so ein explosiver Mensch vor mir steht. So, Chris, komm her. Kann das sein, dass jetzt der Server gelackt hat? Nö, denke ich nicht. Weil die Erde, die ich gerade abgebaut habe, war wieder da. Und hier unten im Keller ist ein Andy. Hallo, Andy. Ja, hast du schon mal rausschaut, was für Wetter ist? Da will ich auch nicht raus. Offensichtlich ist aber gerade raus. Da schickst du dann erstmal deinen Hut vor die Tür. Na, zum Glück habe ich keinen. Von den großen Mordern können wir einen Regenschirm implantieren. Ja. Wäre eine Idee. Natürlich geht mein Schwert kaputt. Genau da, wo mich ein Creeper angreift. Was für ein Traum. Aber keine Angst, ich lebe doch. Und ihr seid auf einmal alle so ruhig. Ja, ich... Ja, ich bin hart konzentriert. Ja, jetzt redet alle und jetzt redet keiner mehr. Ja, das macht's Wetter aus. Genau. Warte mal, dann sind die Sonne wieder raus. Ach so, ihr seid quasi alle ein bisschen deprimiert, ja? Ja, also ich habe mir gedacht, es ist so viel Wasser über mir. Durch den Regen kann ich ein wenig Schwimmen gehen. Wir sind alle wetterfühlig. Ich greife mich nicht mehr an. Oh, es ist da unten dunkel. Raumhaft. Ja, es ist... Mit dem Tauchen haben sie echt lustig gelöst, jetzt auf einmal. Ähm, Chris? Ja. Wo bist du jetzt? Ich versuche gerade nicht zu ersaufen. Oh, ich... Warte, ich habe einen Bogen. Ich weiß, wie ich ihn jetzt einsetze. Wenn ich dich finde, bist du tot. Es hat einen Vorteil, wenn man den Chef von dem Server kennt. Ja. Oh, ich habe auch ein Schwert, das müsste ausreichen. Aua, der erschießt mich. Jetzt ernsthaft? Ja. Ja, ein Skelett. Ja, klar, ich bin ein Skelett. Indert, ihr waren Skelette und Pfosten. Ja, ein Tauchzeit neues mit mir. Komm mit. Ja, ähm, lass doch den Scheiß mal und komm mal mit. Willen wir hier aber eine Unterwasserglocke bauen? Also entweder ist er schwer von Begriff oder blöde. Eins von beiden. Äh. Hast du gesagt? Warte. Habe ich das eine Stack jetzt weggeschmissen oder hast du zwei Stacks? Ich habe ein Stack gekriegt. Ah, super, dann habe ich das eine halt weggeschmissen. Ja. Das ist natürlich intelligent. In die falsche Richtung. Das kenne ich. Naja, geht ja eigentlich. Du hast doch gerade eins aufgesammelt. Im Receipt-Mode würde da ja nichts passieren. Ach, ja, stimmt. Komm her. Du kannst gleich in den Ofen packen. Wir brauchen einen Ziegel. Ja, links neben dran. Wie sieht's denn mit der kleinen Weltenkunde aus? Ist das sowas ähnlich wie Erdkunden? Ja, so in etwa. Auf Müskraft-Basis. So, ich bin wieder da. Ich hoffe, es ist besser. Oh, ja, wesentlich. Äh, ja, hallo. Ich glaube, ich hatte beim Reboot hat es mir auch angezeigt, CPU over Temperature. Ja. Oh. Äh, ja. Das ist das Zeichen, dass ich meinen PC mal wieder in sauber machen sollte. Ja, definitiv. Habe ich gestern gemacht. Habe ich mir machen lassen. Ja, du lässt es dir ja ständig nur machen. Also, das wollte ich gerade aussagen. Ich spreche wieder. Ja. Ein Wunder. Liebliche Stimme, meine Herren. Ja. Müssen nur die richtigen Themen auf dem Tisch landen hier, dann wird sie gesprächig. Wenn Ben seine Themen auf dem Tisch legt. Dann fängst du an zu staunen. Ja, bei so kleinen Themen habe ich selten was mitzureden. Ich lege die über die Schultern, das ist das Spapperzimmer. Ja, ja, ja. Haben wir da ein Diamant oder ein Titaniumschwert in der Hand? Ein Titaniumschwert. Weg, weg, weg. Hätte ich auch gerne. Hättest du auch gerne? Ich hätte noch zwei Titaniumohre dabei. Die könnten wir brennen. Oh, nee. Wäre gut. Guck mal hier, nehmen wir das hier. Allerdings werde ich auch bald eine Schwitzhacke nehmen oder brauchen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich lieber noch die beiden Titaniumohren nehmen, die noch in der Kiste sind. Und eine Spitzhacke herstellen, weil da haben wir auf Dauer erstmal mehr von. Den Grad schleitigen Kabelbasteln. Oh Gott. Also hier sieht es ziemlich interessant aus. Ja, komm mal hierher. Das ist ein Axt machen. Komm mal hierher, kurz. Bevor wir jetzt hier mit den Axt machen. Erstmal die gefährlichen Ecken ausmerzen ein bisschen. Ich habe leider keine Axt. Ja, ich mache das, aber du musst jetzt mal die Spinnenweben so ein bisschen wehseitigen. Oh, Diamanten, Diamanten. Sehr schön, sehr schön. Oh, ja, damit. Der Exipter hat funktioniert. Das ist dein Erküter, Creeper, Creeper in der Lava. Ein Papier mal extrem hochziehen, ne? Und eine Kiste. Mit einem Diamanten. Und Redstone. So, meine Zurückzeit ist alles für Minderator vorbereitet. Ja. Vordergrad hinzu. Wir werden hier in zweites Feld angelegt. Ich habe Pfosten. Pfosten. Guck mal nach oben. Wir werden halt eine neue Kategorie einfügen. Bens Lieblingswort. Pfosten. Also meinst du das Titanium oder meinst du diese riesige überwältige Schluchte hier oben? Genau, die meinte ich. Okay. Titanium natürlich auch. Also irgendwie. Wo ist mein Schätzelein? Im Untergrund. Ich habe Hunger und ich, äh, ah, ich habe zwei Brote. Da. Ich würde dir was zu essen geben oder euch, genau gesagt, wenn ihr wollt. Was zu essen braucht, bitte mal. Ich habe gerade versucht mit dem Fleisch den Stein abzubauen. Das war viel witziger. Dann kannst du, wenn dein Hunger wieder weg ist, kannst du ja quasi dann ein Brot essen und dann... Ich musste leider mal wieder hier drei Zuckerrohr klauen. Oh, oh, drei Stück. Ja. Boah. Ich brauche da. Ich brauche nämlich wieder Papier. Außer es wächst jetzt was nach. Äh, Ben nimmst du bitte da hinten von. Wer denn du springst? Ja. Aber ganz ehrlich, sollten wir... Oh, oh, guck mal, was ich gefunden hab. Guck mal, was ich gefunden hab. Guck mal, ich gefunden hab. Guck mal, wablabla. Oh, das war hier sehr erwielte. Das waren gerade des in sechs Stück. So, jetzt macht es auch Schwimmen spaß. Ach ne, es waren nur 5. Ach, schade. Oh nein, Creeper. Aber ganz ehrlich, lass uns nicht da in die reingehen. Ben, wo bist du? Lass uns lieber wieder erstmal hoch, weil... Genau. Ich muss ja mit... Vorsicht, du musst bald die Toilette aufmachen, sonst kommst du halt raus. Ich muss ja mit meinem Schätz hinein. Hast du noch was zum Essen? Ja klar. Und daher würde sich das ja anbieten, dass wir uns auf den Weg nach oben begeben. Genau. Wir könnten ja mal so spontan... Ähm, was hättest du denn gerne? Irgendwas, damit ich 6 Kohlen brich. Ja, im Ofen ist Schweinefleisch, 20 Stück. Alles klar, dankeschön. Ich guck mal, dass ich irgendwie noch Zuckerrohr finde. Ähm, Brotus, kannst du noch ein wenig nachhauen? Was, wen hauen? Wen hauen? Kohle da oben. Hau ihn, hau ihn, hau ihn. Wenn er jetzt noch eine Viertelstunde da bleibt, dann wäre das, glaube ich, recht passend. Bitte geht, bitte geht. Also, Mim, ich muss mich ja noch richten. Bin noch nicht ganz fertig. Ich muss mich ja noch richten, wie sich das anhört. Nein. Richten, das klingt so irgendwie so ein bisschen aufzuhören. Nee, überlegen mache, was ich anziehe. Ich kann ja schließlich nicht nackt gehen, oder? Quasi hinrichten. Das wäre eine Möglichkeit. Ah, da wäre es auf jeden Fall der Hingucker. Genial. Ähm, ich habe hier noch Redstone gefunden, kannst aber nicht mitnehmen. Auch nicht. Ich habe nämlich bloß noch eine Steinspitzhacke. Ja, genau so geht es auch. Deshalb baue ich hier gerade noch ein paar Schienchen ab. Da. Kann ich mal mehr den Goldblock hier mitnehmen? Da ist mir nämlich die Haken zerbrochen. Ja. Ja. Ziemlich weit weg. Ziemlich weit weg. Ich frage es jetzt auch gerade, von wo wir kamen. Ähm, wir müssen einfach mal wieder... Wenn wir die Truhe finden, dann haben wir gewonnen. Ja, definitiv, aber das ist... Dann bist du auf dem falschen Weg, weil hier waren wir nämlich noch nicht. Ja, ne, ich habe gerade noch ein bisschen Titan mitgenommen. Und das kann man mit einer Steinspitzhacke abholen. Ja. Puh, ist ja groß. Sernshaft? Das passt gar nicht. Das ist schlimm. Das müssen wir noch ändern. Äh... Aua. Ah, Spinnennetz. Ich glaube, die Richtung ist schon mal ganz gut. Ich glaube, wir müssen hier noch links. Ja, die ist leer. Sag mal. Ich glaube, hier links und dann... Äh, hier rechts runter. Ja, hier ist der Obsidian-Abbau. Punkt. Oh, ich habe kein Schwert mehr. Schön. Hat mir jemand was zu essen? Äh, im Ofen. Im vordersten. Ja. Hier ist eine kleine Truhe. Ganz viel Fleisch für euch. Äh, äh, ha. Oh, hier lang. Oh, hier haben wir gerade drei. Starkwert. Wir haben's, wir haben's, wir haben's. So. Wir müssen jetzt bloß mal... Ähm, ich mache mal aus dem Redstone, mache ich mal Redstone-Blöcke. Ja, ich gebe dir noch mehr Redstone da rein. Und wir packen jetzt erstmal alles da rein, würde ich sagen. Und dann können wir ja aussortieren, was wir brauchen und was nicht. Warte mal, keine dumme Idee, was ich gerade gemacht habe. Wolltest du es schon wieder ersaufen? Ne, ich habe diesmal vom, von meinem provisorischen Gebäude an, ähm, nach unten gebaut. Und dann ist die Fackel auch ein wenig nützlicher. Ich schmeiße jetzt mal hier die kaputte Steinaxt und die kaputte Steinschaufel weg. Ab in die Lava. Oh, ich sehe gerade schwarze Gesellen, ich glaube nicht. Aber theoretisch sollten wir das genau mitkriegen, wenn du jetzt ein leeres Inventar hast. Äh, ich habe kein leeres Inventar. Dann schmeiß mal alles noch rein, was du rein tun kannst. Weil ich habe nämlich jetzt bis auf drei belegte Plätze alles frei. So, ich habe alles drin, bis auf die... Die Einspitzhacken kommen hier. Sollst du dich da immer drum kümmern. Guck mal, wenn ich jetzt den hier mache... Ich würde sagen, du nimmst bitte die... Ne, wir teilen die auf, die Diamanten. Weil wenn einer von uns beiden stirbt, ja. Okay, dann nehme ich da auch noch was. So, das da, das da, das da. Wow, hauen die Tintenfische neuerdings so. Herrlich. Perfekt. Können wir gleich unsere Basis hier so stehen lassen. Ja, klasse. So, ein Schwert habe ich noch, das aber beim nächsten Monster wahrscheinlich zerbricht. Äh, nach oben ist immer gut, oder? Ja, hoch ist immer top. So. Wo sind sie hin? Äh, ja. Hm. Also ich, hier habe ich, ich habe ihn angebracht und hier habe ich sie rechts angebracht, also hier sind wir reingegangen, das ist falsch. Wo ist er denn? Rottos, warst du? Das hier ist auch die falsche Richtung. Ich bin hier hinten im Wasser. Ich versuche ein paar Tintenfische zu fangen. Also, komm mal, komm mal zu mir bitte. Ja, sofort, warte. Ich habe noch keinen Tinten. Ich habe noch keinen Tinten. Nein, wenn du da nach rechts nicht hochkommst. Ich gebe Tinten. Mist, der ist zu tief. Da ersaufe ich, bevor ich an dem dran bin. Ähm, hier haben Stacks. Ähm, Lehm rechte das erstmal vorab. Hast du auch Tinte bei dir? Hier gibt's Tintenfisch. Ah. Ah, ja, ja. Warte, hier auf dem Weg auch. Aber ich glaube, hier hast du dich auch hoch gebaut, oder so. Ja. Und vor allem ist eine Möglichkeit unter Wasser zu atmen. Nein. Okay, wir laufen gerade im Kreis. Ja, aber mit der Fackel. Warte mal. Ich glaube, wir müssen auf der unteren Ebene bleiben. Er hat eine Glocke sicher gebaut, wohlgemerkt. Ich denke auch. Ich glaube, wir müssen bloß in die Richtung laufen hier. Äh, na immer die Fackeln links halt. Boah, wieso muss die Tinte mal bis auf den Boden fallen? Das ist ja schlimm. Wie lange ich die gesetzt habe, habe ich sie rechts gesetzt. Okay. Ui. Okay, hier ist... Hm. Ah, nee. Hier nicht. Oh, hallo Zombie. Okay. Ah, hier sind wir aber richtig, weil hier ist das Wasser, wo wir nicht abgestellt haben. Ja. Wo wir hochgeschwommen sind. Oh, guck mal, der verfolgt dich und nicht mich. Oh. So. Dann kriegt er jetzt auch die Gosche. Die Tinte werden wir ja brauchen. Ja, stimmt. Da, schau mal. Vor allem ziehst du diesen Erdblock hier? Und da ist Titan. Ja. Ah, okay. Du hast noch eine Spitze, oder? Perfekt. Klop. Ah. Okay. Hast du quasi ein, äh, Tintenfisch Jagdhaus gemacht. So. Ungefähr, ja. Beziehungsweise ich wollte den Ton einfach nur abbauen unter mir. Okay. Okay. So. Boah, sind jetzt Hele. Ja, hier ist richtig. Da geht's hoch. Perfekt. Au. Komm, tauch auf, Bub. Hui. Sehr schön, sehr schön. Wir brauchen ja die Zinte. Richtig. Oh, ich hänge. Ja. Sonst können wir nämlich keine Bücher machen. Oh, guck mal. Nee, Schleim. Ach süß. Oh, und Schleimbälle. Ja, immer her damit. Können wir abwandeln. Also, ich hab jetzt vier Tinte. Sollte erstmal lang, oder? Da ja Powercraft immer noch nicht wieder funktionabel ist. Ja, leider. So. Funktionabel. Das brauch ich nochmal ein bisschen Papier. Funktionabel. Oh. Hey. So, hier müssen wir mal Treppen anbringen. Das ist ja ätzend. Ja. Springen ist immer eine ganz super Sache. Macht immer total viel Spaß. So. Ich hab's schon wieder auch noch. Jetzt inhalte ich aber mein Brot. Inhalte immer. Warte mal, ich hab noch verrottetes Fleisch in der Menge. Ja, weil du jetzt meint auch das Gesamte hast. Wir haben ja aufgeteilt gerade. Anders wäre es ja auch nicht möglich gewesen. So, gucken wir doch mal was im Haus passiert ist. Wo sollen wir denn? Oh, ein Dschubelbaum. Ja. Hier ist Kakao. Wow. Wir öffnen wieder da. Was ist hier? Tja. Achso. Ihre eigene Truhe. Okay. Ähm. Da unten ist ein Paddelhaus. Und da hinten haben wir schon mal Steg. Ein Paddelhaus? Gucken. Paddel, Paddel, Paddel. Oh cool. Ja, das ist ja cool. Gehen wir mal miteinander. Blob. Das ist die Tintenfischjagdhütte. Genau. Äh. 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 Hilfe. 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 Ich geh lieber wieder hoch. Wo ich jetzt sterbe. Ah, schön. Jetzt weißt du für was das Doppel-Door-Mod gut ist. Ja. Auf jeden Fall. Dass ich hier reinkomme? Ah. Ja. Siehste, wir brauchen keinen Doppel-Door-Mod. Er hat's geschafft. So. Dann würde ich sagen, basteln wir mal kurz. Ähm. Phil, kannst du mal eine Doppel-Truhe nochmal hinstellen? Hier so an den Rand? Ja. Ich kann ja. Vollstellen wir mal. Jetzt schneißen wir mal unsere ganzen Materialien rein. Hier noch eine. Erstmal. Also, hier sind so viele Ölquellen auf dem Weg zurück. Ja, gut so. Aber jetzt sind wir mal alle hier, oder? Also, ne, du bist noch nicht wieder da. Schade. Äh. 2,5 Meter noch. Wieso? Ist schon wieder dunkel, oder was? Guck doch nicht mal. Jetzt wird gerade dunkel. Richtung Sonnenauker. Ah, shit. So. Aber meine Freundin und ich, wir werden uns jetzt für's Erste verabschieden. Ja, tut das. Wir sind aber nachher gerne wieder da. Wir sind ja... Momentan noch im Basteln. Ja. Haben wir noch Sand? Äh. Und die Kiste hochjagen. Ja, warte kurz. Ich nehme alle Ärzte hier raus und die Dias und das Redstone Zeug. Also, wir sind dann mal weg, ne? Ja. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Tschüss. Viel Spaß. Ciao. Tschüss. Äh, Chris, ich hab eine Überraschung für dich, mein Schatz. Hast du Sun dabei? Und... Und... Flame? Flame? Komm mal her. Ich hab zwei andere Sachen dabei. So. Also so. Sun kannst du hier reinhauen, weil, wie ich sag, ne? Du siehst da hinten. Ja, nimm mal das. Du hast alles mit Macy Rater vorbereitet gehabt, hast du gesagt? Und... Ja, bitte. Ja. Ich bin hier überfüllung geschlossen. Ja, sammel mal auf und sag mir, ob das mal für einen Moment reicht. Ja, das müssten... Das sind zwei Obenöfen werden. Ich bin zweimal beinahe errunken. Ja, ich auch da hinten. Ich werd jetzt erstmal... Ich hab jetzt zwei Stecks und noch ein paar Tinten... Fläschlein, Tintenbeutel. Ich glaub fünf oder sechs Stecks von dem. Und ich hab was viel besseres gefunden. Ich hab ein Dorf gefunden. Uh, ein Dorf ist super. Das ist doch cool. Ne, das ist ja nicht so wild, Hauptsache Handeln. Genau. Und äh... 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 noch Kartoffeln und... Hab ich dabei. Das ist cool. Also ich hab jetzt nur neun Karotten und fünf Kartoffeln. Aber das reicht, um Gottes Willen. Haben wir noch Holzkohle? So... Äh, wenn nicht, wir haben dann mal so Holz. Ja, also Holz haben wir auf jeden Fall vermissen. Ja, mach mal, mach mal wegen Holzkohle, bitte. Ich steh jetzt mal erstmal hier ne Truhe hin, ne Eisentruhe. Wo ich die, äh, etwas wertvolleren Sachen drin lage. Äh... Was denn? Braust du mir immer noch Zuckerrohr? Ja. Aber nicht mehr gepflücktes, ich ernte nur. Ja, 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 ja. Warum fehlt denn dann so viel zwischendurch? Ach, guck mal, der Grüne steht schon da drüben und wartet schon darauf, dass er hier was in die Luft jagen kann. Ja, dann müsst ihr in meinem Keller gucken kommen, dann wisst ihr, warum ich so viel Zuckerrohr brauche. Braust du Module? Nein. Ich baue Wände. Aus Papier? Ja. Ach, wie cool ist das denn? Das hier ist unsere Bücherecke, hier können wir dann die Bücher hinlegen. Und hier die Ecke, da sollen die Geos rein, weil hier dann Schächte nach oben zur Stromversorgung sind. Ja. Unsere, stimmt ja, unsere Extra-Blocks-Texturen. Boah, cool. Ah. Die sehen geil auch. Ja. Auf jeden Fall. Du könntest natürlich hier vorne noch eine weiße Linie langziehen. Ja. Könnte ich sogar machen, ich hätte genug davon da, warte mal. Mache ich jetzt auch. Ja, als nächstes machen wir noch eine gelbe Linie. Ich hoffe, warte, ich muss gucken, ob es die richtige ist. Hm, ist nicht ganz die richtige, aber ist egal. Machen wir trotzdem. Ist das gerade richtig, dass wir alle da sind? Ja. Wir sind eigentlich so ziemlich alle da, wir können pennen. Dann gehe ich sagen, geh mal wieder rein. Ja, da ist es gerade auch. Ist Ben auch da? Ich bin noch am Zelt, ich brauche noch zwei, drei Minuten. Zwei, drei Minuten ist die Nacht vorbei, komm rein, Penn. Ja, ich mache gerade die weiße Linie noch. Genau, wir haben eine Minute. Äh. Jo, in der Zeit. Legt euch hin, du ein bisschen die Füße hochlegen. Genau. Ist das schön. Die weiße Linie ist drin, wie gewünscht. Wenn du fertig bist, bin ich auch schon da. Wir haben eine weiße Linie. Jo. Äh. Achso. So, mal einen Schluck Milch trinken, ey. Ja, wollte ich mir auch gerade sagen. Kannst du mal nachkippen. Wir haben die ganze Zeit vergessen. Ähm. Ähm. Wir sind jetzt auch gleich bei den zwei Stunden Aufnahmezeit angelangt. Äh, ja. Kommt gut hin. Wir zahlen noch mal zehn. Das wären jetzt im Moment, wären es fünf Folgen a 20 Minuten, oder? Nee. Mehr. Das müsste dann jetzt quasi die, äh, sechste sein gerade. In der wir uns befinden. Ja, das geht wohl weitermachen. Wir sind in der sechsten Folge. Juppie. Boah, zwischen wem muss ich da jetzt kuscheln? Ja, okay, Männer. Komm, komm. Oh, ist ja so. Ich geh ins Gräbchen. Auf jeden Fall. Der Protus hat ein Massagebett. Ein Massagebett? Wieso? Ja, der wird die ganze Zeit vibriert. Echt? Ja. Hm. Der besser war auch. Ich krieg auch die Nute von meinem Hunger. So. Wie das jetzt aussieht. Alle rennen hier runter. Robb verteilen sich. Was ist denn das für ne geile Mauer? Mauer? Hast denn nur dein unten? Ja, das ist von den Extrablocks. Geil. Ja. So, Mesdames und Messieurs. Das ist unsere Bücherecke und hier kommen die Geos hin für die Stromversorgung. Ich baue jetzt mal eine ordentliche Portion. Auto-Crafting-Table. Wir bauen jetzt eine bestimmte Aktion Nikotin. Nikotin. Nicht Nikolit heute her, sondern Nikotin. Exakt. Wir brauchen Glowstone, sonst käme ich kein Mann so weiter. Bis gleich. Stimmt, wir brauchen Glowstone. Also brauchen wir ein Portal. Also nehmen wir einfach aus der rechten Truhe ein bisschen Obsidian. Können wir noch einer, wo es langweilig ist, ein wenig Sand machen? Wenn mir langweilig wäre, würde ich das Tatsache machen für dich. Weil wir müssen endlich diesen schönen Ofen da hinten fertig kriegen. Ich habe hier im Keller gerade Sand gefunden, aber ich denke, der ist von oben nachgerutscht. Können wir alles gebrauchen. Wir brauchen mindestens zwei, drei Öfen. Mindestens noch zwei, drei Öfen. Okay. Achso. Äh, ja. Okay. Hm. Warte, dann muss ich erstmal ein bisschen tricksen. Ja, ich habe jetzt schon hier für acht Stück erstmal gebaut. Oh, das ist ja Digno. Ne, ich habe für acht Crafting Table gebaut. Die Frage ist, wo wir, oh danke, wo wir die Crafting Table jetzt hinbauen. Ja, meine steht momentan noch draußen. Ähm, dann bauen wir schon mal ein paar Schaufeln, dann gehe ich gleich los Sand holen. Ich würde mal spontan sagen, bauen wir die... Ah, genau, hier wollte ich nicht rein. Wir bauen die Table schon runter, oder? Hä? In welcher Ecke darf ich dich schon bauen? Oh, Entschuldigung. Ha, der haut mich. Sag doch mal einer was. Ich habe dich nicht gehauen. Hallo. Ich habe dich versucht abzubauen. Zärtlich zu streicheln. Hallo. Was? Kunchaft, klinglinglingling. Wo? Hallo. Ja, der ist unten. Der... Der... Fotos ist oben. Ich bin hier. Wo bist du denn? Was wirst du denn? Hallo. Der steht an der Wartelinie. Ich muss ihn mal dran rufen. An der Wartelinie? Ähm, wo darf ich denn das Portal hinsetzen? Ähm, also nicht hier oben. Dieses wow, wow, wow geht mir immer auf den Keks. Okay. Ähm. Keks sagt da hinten an den Berg? Hm. Hm. Oder hier unten irgendwo rein. Ich habe hier auch Kundschaft. Ja, ich habe es gehört. Den macht bumm. Hm. Aber du hast es tot gemacht, oder? Ja. So, an welchem Berg dachtest du? Ach, ich folge dir einfach mal. Aber nicht zu weit hinten, weil... Oder? Ach so, egal. Doch, doch. Komm, ruhig ein paar Meter laufen. Stein bauen wir ja noch schöne Straßen. Genau. Die Steinchen dafür haben wir ja. Bitte hier eine dicke Infrastruktur. Genau. Ja, da entdeckt ja noch unser Dorf. Momentan haben wir ja noch ein Haus. Kommen wir ja noch andere. Ja, hier ist es wahrscheinlich sogar ganz gut. Direkt an der Wand oder so. Wenn wir ein Haus drum rum bauen. Ich baue oben für dich die Wand weg. Dann musst du mich abstürzen lassen. Das ist aber nett nett. Nett nett? So, was wollte ich machen? Ich wollte hier oben abbauen. Huch! Kraft den Tafel. Wollen wir es gleich aufpassen? Oder wollen wir es reinbauen? Ich würde sagen, wir bauen es rein, oder? Ein Stückchen aber nur. Lass mal so drei, vier Blöcke reinsetzen, oder so. Ähm, darf ich dich fragen, was du magst? Wieso? Ich wollte hier eine Hütte vorsetzen. Also, ich wollte den Gang quasi so breit machen, wie das Portal ist. Ach so, okay. Weißt du? Ah, weil ich habe nämlich nur das Portal gemacht. Also, das heißt, auf welcher Seite gehen wir dann noch einen breiter? Äh, warte mal. Dings. Ja. Gut. Gut. Gut.